The following video is rated P Ich mag Lederer, wenn es das gibt Was wird Schnitzer? Hat jemand hier noch leichte Rüstung? Ich? Ich hab mittlere Obwohl deine leichter aussieht als die von Carsten Ja Meine ist ein Warte mal, wo bist du? Ich seh dich grad nicht da Find ich nicht, oder? Meins ist halt, äh, Robe Schauflausgräber Puh Die Maulwürfel sind immun gegen Blenden Wie wollen wir denn blinde Viecher blenden? Jaja Eine gute Frage Da würd ich gar nicht mehr fragen Äh, wie schafft man das? Bestimmt Digi Du blendest sie, indem du Äh, die Ohren noch rausschneidest Okay Du brauchst, du bräuchtest aber solche, äh Solche geilen, ähm Heißen das? Hm? Der Kontrollpunkt sieht so aus wie ein Klo Ja Ja, wie so ein Klohäuschen, ne? Ja, wie so ein Dixi-Klo Wie heißt das, wie sich Fledermause verständigen nochmal? Achso, äh, Schall Ja Du brauchst solche Überschallwellen Das war das, was mir fehlt Hm Ey, da hinten ist noch so'n 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 unentdeckter Aussichtspunkt Wollen wir uns gleich Ah ja, stimmt Ich weiß sogar noch, wie man hinkommt Warmer Trank? So, dann erkunden wir den nochmal Ich glaub, man muss auch erst vor Ja Ist so gut Ich find, wir gehen demnächst mal Oh, ich hab noch ne Drachenkiste bekommen Oh, Stück Metall-Erz Er ist übrigens ein, äh, Kaufmann Ja, können wir auch gleich mal hin Aber erstmal hier hoch So, wer von uns fällt zuerst runter? Ich nicht, weil ich noch gar nicht draufstehe Wo soll denn den Langhauter? Oh Okay Mike ist es Weil sowas steuer ich mit Maus, ey Boah, geblendet Uuuuh Alter, Vater Ja, der ist mir aber nicht schuld Der läuft Fabian hoch Und der ist erstmal den Abgang gemacht Totten Bullshit Was haben sie mit Absicht gemacht? Kann ich ertrauchen? Ja Du, das ist gar nicht mehr Ich hab das schon so lange mehr gespielt, ey So? Ich auch nicht KÖPPER! Schade, kein KÖPPER Boah, ey Richtig nett Man kann auch unter Wasser kämpfen Könnt ich eigentlich direkt mal machen Um das zu lappen Wolltest du das nicht? Doch Ich wollt's nur an die Zuschauer weitergeben Ja, muss man auch unter Wasser spielen Genau Man kann auch zwei, drei Ich weiß gar nicht, wie viele gibt's Wow Unterwasser Waffen haben Unterwasser Waffen Unterwasser Waffen Alter Und ich find gut, dass man auch unter Wasser atmen kann Durch diese Komisch Ja Man hat so ne Maske auf Wo ist denn die Hände, da? Da Eine tolle Maske Jeho So, dann holen wir uns doch gleich mal, falls es das gibt, eine Spitzhacke Habe die Quest schon fertig? Ne, haben wir noch gar nicht Habe die Quest schon fertig? Ne, haben wir noch gar nicht Ein mächtiges Gewehr Michael, wisst du das? Ein mächtiges Gewehr hört sich gut an Ein mächtiges Gewehr hört sich gut an Mächtiges Was hast du jetzt gesagt Fabian? Zweihänder glaub ich glaub ich Weil ich mit manchen Zweihänder hab Oh sexy Ich glaub bist du das da? Ne Ich dachte grad der Kaufmann wär's tun so Sooo Alles an die Bank senden Warte, was ist mit ihm hier? Faszinierend Oh, Reisender So, komm mal weiter Diebellentörtchen Ach, scheiße, jetzt muss ich die Skills erwähnen Wer von euch braucht Schild, äh Und schwere Rüstung? Ich brauch schwere Rüstung Und Schild Okay, send ich dir gleich zu Ausrüsten Boah, zwei Händer gefällt mir viel besser Voll geil Bayern hab ich ähnliche Fähigkeiten wie Tristana Boah Ja, ich bin nicht der Einzige Meike, du musst erst mal warten, was für geile Fähigkeiten da später kriegst Du kannst so'n So'n Granatenwerfer haben und so'n Flammenwerfer Das ist ehrlich cool Was mich am Anfang voll irritiert hat, ist, dass man seine Belohnung per Post bekommt Oh ja Und nicht direkt bei einem Questgewer abgeben muss So, jetzt kann ich euch das mal zusenden So, jetzt kann ich euch das mal zusenden Wer möchte, Fabi Brauchst du auch ein Schild? Ne, Schild brauche ich nicht, ich geh auf DD So, ich bin jetzt fertig Brauch irgendjemand von euch ein Schild? Äh, nein Dann schick ich's Fabi trotzdem zu Verkauf's doch einfach Ja, aber er ist jemand, der den Schild mal dann ausbauen kann Er kann's nutzen Ach, richtig Und ähm Ich hab' einen Fokus gefunden Ja Oh, einen Fokus, ich hab' auch einen Ver-fassen Inventor Rein Er hat zwei Fokus Mit so einem mit Äh Rösten Steckel Warte, wie siehst du Warte, wie siehst du 34 bis 100 42 Oh, gib mir mal den Fokus Äh Äh Kraft oder einen mit 32 bis 40 mit Plus 5 Vitalität Ich will auch einen Fokus vor Äh, ich hab' gar nicht zugehört, bitte nochmal Oh, ich hab' noch'n Fokus Ich hab' zweimal'n Fokus Mit 5 Vitalität Und Es wird sich 140 Schaden Gib mir mal einen davon Ist mir egal Versende an jeden einen Wie du willst Dann behalte ich den besseren Ey, wie ging das denn nochmal? Mit Post musst du das versenden Jo Äh Ah Ah So An So, da rechts Guck mal, hast du meine Tattoo schon gesehen, Maike? Oh Hi Maike? Genau Ja, hab ich schon Cool aus, ne? Ja Hast du schickst du grad was an, ne? Ich hab schon Okay Verflucht Dankeschön Ich hab' gleich gesendet Wird's noch an Carsten Alter, ist die Attacke geil Boah, macht das Damage Von wem hab' ich nur was halt... Was für ein Erleichter... Ah, okay Gleich mal löschen Okay Gleich mal löschen Mit Wasser macht man ja ungefähr gar keinen Schaden Mit Wasser macht man ja ungefähr gar keinen Schaden Ja Ein Fog... Ein Fog... Ein Fog... Anscheinend müssen wir ja noch irgendwas... Warte mal... Äh... Also ich bin jetzt fertig damit, ne? So... Ja, ich hab' die auch gemacht Letcher Spahn Ich bin auch fertig So... Seid ihr alle mit dem? Ich bin gleich fertig... Ich bin fast fertig Ja, wir müssen eh noch durchlaufen Ja... Bin fertig... Oh, da ist noch was... Das ist geil... Gefällt mir... Ah... Schwer draufhauen oder was denkst du zu sein? Wo seid ihr? Ach, ihr seid unten lang... Oha... Autsch... Fabian ist König... Fabian, was für ne Klasse hast du? Krieger... Ui... Krieger ist cool... Oh ja... Ich hab' einen Main als Krieger... Also mein Main ist... Ja... Ich hab' einen Krieger noch nicht so gut... Mein Krieger? Ja... 50... Ja... Ich glaub' ich bin 48 oder sowas... Bin immer noch 41... Warst du 43... 43 war ich? Oder 47... Ja... Ja, ich weiß es nicht mehr... Ich auch nicht... Ich hab' vorhin zwar erst reingekommen... Aber ich kann's mir aber nicht merken... What the hell... Was ist das? Wirbel in Richtung Ziel... Ja... Ja... Ähm... Aber eigentlich... Doch... Geht ja... Denn es gibt hier noch... Das... Die... Höheren... Also das... Wenn man auf einem höheren Level in ein Gebiet geht wie dieses hier... Wird man auf eine Stufe... Zurückgesetzt auf... Also... Die dem... Gebiet entspricht... Ich glaub' hier wär's irgendwie Level 5 oder so... Dementsprechend ist es recht ausgeglichen... What the fucking hell... Das müssen wir mal machen... Hm? Ich hab grad hier die... Dritte Fähigkeit mal ausprobiert... Und? Unf das geil... So... War komplex... Aber gut... Zählen muss man natürlich kennen... Das mit den Anspringen? Ja... Richtig... Also... Die... So ne komische Attacke wie Trindermeer, ne? Oh, den nehm ich doch... Wirbelsturmangriff... Ja... Die Attacke ist nice... Dann hattest du wahrscheinlich die gleichen Attacke wie ich... Haha, super... Wenn da was im Weg steht, dann keiner teine... Ey, ich will ihn da angreifen... Kannst du ihn jetzt mal angreifen? So... Ein Schaufelhausgräber... Schaufelhausgräber... Ja, ich hab ne... Schaufelhausgräber... Hehehe... Ein Schaufelhausgräber... Wie lange nehmen wir jetzt eine schon auf? Äh... 6,50... Keine Ahnung... Weiß ich ehrlich nicht... Stimmt schon 1,5 oder sowas... Och... Mit der kleinen Unterbrechung... Ich glaub... Die sollte mal dazu... Äh... Abrechnen... Das Moor... Warte mal, warte mal... Lütet nicht den Moor... Wie kann ich die erzählen? Äh... Mit denen geht das... Doch... Mit denen würde es gehen... Ich glaub, du musst dich nebenstellen und F drücken oder so'n Quatsch... So, ich will mitmachen... Ich will was vom Event bekommen... Warte mal auf mich... Warte mal auf mich... Warte mal auf mich... Was muss man hier jetzt machen? Ja... Erstmal Quill wechseln... Erstmal... Ihr müsst in den Gebüschen rumschleichen... Ui... Warte mal auf mich... Was muss man da machen? Sooo... Aber ich will hier... Mh... Oben... Bei dem Typen... Könnt ihr euch verwandeln lassen... Muss man das machen? Jaaa... Geh auf den Elch... Einfach nur um ihn angegriffen zu haben... So, jetzt höre ich mir auch mal... Wie... Leopard... Wird mir gern wissen... Ja... Lass mich viel schneller... Spaß... So, jetzt auf Beutejagd... Okay... Lauft geschenkt wie die Schnee, oder? Babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab... NH? H Chi... Ohjaa... Hr... Hier ist bestimmt noch ein tolles Gebüsch! Ne, das ist kein Gebüsch... Das ist nur ein Baum... Hey, das ist ein Gebüsch Light... Verdächtig... Verdächtigerbusch! Knurre den Busch an, los! Bor... das hing noch da rum, ey! Von wem sch WAYS! Auua cahhh... ?! Von da ist ein Moor drin gewesen... Dödödödöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Mit den Leopardenmedios könnt ihr übrigens spielen, ne? Das ist voll süß, eben wenn man... Alter, hat das fe... ...werb wird das Kaninchen schon wiederkilln. Nämlich verarschen. Ach, richtig! Jetzt! Endlich greift er die Hirschkuh an. Oh, das war noch ein Knon. Heeh. Die Leopardenattacken finde ich mal ganz was kompliziert. Irgendwie schon. Ja. Kompliziert? wow 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 wer bist du denn?! stimmt deswegen Leute what the hell what the hell wow wer sind die denn? what the hell was ist das denn? ich kann mich grad nicht bewegen wir sind ja cool wir he who wartet ma alter fall da was ist das denn? hier geht ja richtig die party ab die sin what the fuck warum sind das abscheulichkeiten? lass den mal killen Leute ja ich versuch das schon Alter, Junge. Holographische Diener getötet. Warum sind die auferstandene Viecher schon da? Äh, ich hab sie angeklickt. Die haben alle Seilgrenze da. Ja, das sind solche Wandviecher. Ich glaub auch. Das find ich aber cool. Ich hab dadurch jetzt noch ein bisschen tolle Dinge bekommen. Nee, der verdächtige Busch will nicht. Der verdächtige Busch. Wir müssen gleich noch die anderen Quests machen. Also die privaten. Die bringen ins Quests. Oh ja, die aus der Charaktergeschichte meinst du, ne? Ich kenn heute aber nicht mehr so lange, Leute. Ne, ich mach auch gleich aus. Ich hab morgen ein Vorstellungsgespräch. Oh ja, dann... Machen wir gleich Schluss. Ich würd sagen, was machen wir noch? Wenn wir... Oh, was will Niklas denn von mir? Ähm... Ich würd sagen, wir gehen dann noch mal unten bei der geächteten... Warte, jetzt lassen wir noch mal in den Quests jetzt zu Ende machen. Ja. Muss ich auch noch, aber... Ich mein jetzt, wir machen jetzt diese Quests noch zu Ende und gehen dann nach unten noch zur geächteten Kluft und äh, suchen die Sehenswürdigkeit auf. Und zu Ende. Alter... Irgendwie läuft das hier auch nicht richtig, ne? Kannst's sagen? Was ist denn los? Leopard, der läuft irgendwie nicht wirklich. Keine Ahnung. So, jetzt spiel ich nochmal mit nem kleinen... Leoparden. Mit nem Baby-Leoparden. Komm her! Komm! Boi, 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 boi. Das ist nicht wieder so'n Scheiß-Geschen-Nickel, ne? Kannst du vielleicht vorher noch sein Tier wegschicken soll? Lukas, das lernst du erst später. So. Wie du Tiere zähmst. Ich glaub, das ist erst ab Level 10 oder sowas. Schick man das. Bei WoW war das ab Level 10. Ja, das ist ja aber nicht WoW. Oh, man. So. Habt ihr die gemacht? Nein, ich bin noch mal nicht fertig, weil ich mich eben noch mal zurückverwandert hatte. Oh, er hat's mich durch. Die scheiß Kaninchen da mal wegrennen. Und ich die Steuerung des Leoparden hier mega kacke finde. Ah. Weil der für sein scheiß Tatzen-Ding da stehen bleiben muss. Während des Laufens machen kann. Da, 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 da. Ik dude. Machten wir zum ersten MalAUDIN! Ich war da nämlich jetzt noch ein, so n Scheiß Mongo feed. Ja, ich bin auch komplett fertig. Gaals hab ich dir wegen dir. Die Spezielle ist ja schon an. Na man sieht das sogar links ich jetzt erst. Guri-S aklun ist noch nicht fertig, aber alle... Ich理 nicht nichtmal alle anderen. Ohh, jetzt lauf so nu scheiß Leopard ey. Alter ist das eine Kack hier opened zu. Ers zwei kannst du sprung machen. bist du denn noch so ein scheiß busche denn ihr sagt man kann ich denn raus kommt einfach mit zwei raussprungen das war fertig wir lassen auch eben zur gedächtnis kluft und da den punkt kommt dir ja aber irgendwo ach da oben ist noch jemand ja ich bin schon offen wir spring gleich gemeinschaftlich hierunter aber da oben schade geht nicht doch geht es ja ich bin schon da ich gehe jetzt nicht sterben das kommt man direkt da da geht man nicht aber man kriegt so obwohl ich jetzt noch mal den die sehenswürdigkeit und nun die bei der geächteten kluft dann können wir uns schon mal verabschieden ich bin da hochklettern auf zum raaaben was geht da jetzt weiß nicht sieht cool aus nicht unsinnig gefällt dir das jetzt auf das ist so ein tal ist guckt euch mal rum da sind voll die berge jetzt erst aufgefallen ja oha der ist sogar ein ganzes großer lalalalalala ich spring nur auf die kleine höhe gut dass ich vorher noch ouch ich werde angegriffen so eine sau lebt sich hier aus mir da schon leute welche sehenswürdigkeit wollte jetzt heute könnt ihr mit angreifen so wir haben sie wollte die jetzt die sehenswürdigkeit die da unten ist ich habe mir die noch nicht angeguckt die hier ist ich weiß nicht wie es mit euch steht ach die kleine schon da war ich irgendwie schon na ich war hier immer auch immer du 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 so so die maße ich habe mich tauschen vor euch du 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 hey cool sie mich an alles bockt sich richtig im krieger ja ja ohja da unten geht ne wilde schlacht ab so alle tot alle tot was winziges tot okay so kommt her meine kameraden bist du denn was willst du denn ich tanze hier oben gerade äh wir wollten ja jetzt langsam mal aufhören ich meine wir haben die sehenswürdigkeit gemacht wir haben ein paar quests gemacht wir haben euch ein wenig von guildfuss gezeigt äh ja 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 genau beim nächsten mal spiel ich mit meinen scharren bock mal auf die scheiße wenn karsten immer zeitnah rennen hat ach das passt schon ähm ja hat spaß gemacht mal wieder geht was zu spielen denn ich habe es länger nicht gespielt länger ist gut mir hat das auch sehr viel spaß gemacht carsten ja besonders wenn ich da anna beschießt ja das gefällt mir aber ich tanze weiter boah wie ich ihn gegeben habe so das noch anna ich höre nämlich noch meinen blüt greife an so äh vielen dank fürs zuschauen leute bis zum nächsten mal auf wiedersehen tschüssi tschüss haut rein bla bla boi